Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei Leon X. Und heute wieder mal Black Ops 3, denn, ah, wer geht wieder leider nicht, ähm, Cedric ist, äh, ja, wie nennt man das am besten? Nicht vorhanden. Ja, so kann man es auch sagen, naja, äh, deshalb spiele ich wieder mit Shackneck, auf der Map Breach, im Modus Hardcore Team Deathmatch, ja, was gibt zu sagen, ich spiele wieder mit der KN, demnächst mache ich aber die ICR fertig, also sprich auch Gold, und dann gucke ich, dass ich noch die letzten paar Stunden Gewehre fertig kriege, so, erstmal hier, äh, Stopperfalle, Stopperfalle, 1, nein, verflucht, hab ich den Falschen getroffen. Campen welcher? Ja, einige Campen. Man, ich hol die. Nein, ah, verflucht. Ja, wo sind denn die alle? Na, zu spät, es gab ein Spawnflip, musst du aufpassen. Ja, da ist einer gewesen. Der hat aber die auch nicht. Aber komm, das kann doch nicht sein. Da ist einer. Komm, fall, ja, das kann doch nicht sein, was ist denn hier los? 1, 2, 3. Digga, jetzt finde ich alle Gegner und dann hole ich auch alle. 2, 1, ist okay. Frag bloß nicht so dick auf. Ja, geht doch. Wer muss das von Deutschland? Oh, ich denke mal, 1, 0, mehr wird nicht drin sein. Polen ist schon ein relativ starker Gegner. Man, na gut, in der EM, beziehungsweise im gesamten Spiel, Länderspiel hat Polen nur ein einziges Mal gegen Deutschland gewonnen, aber ich glaube, es ist nicht mehr als 1, 0 für Deutschland drin. Der ist schon tot. So habe ich jetzt, boah, ich dachte schon wieder, ich hätte durch ein Team-Mate durchgeschossen. Kennst du das, wenn die dir in die Schussbahn springen? Na ja, da kommt bestimmt hier los. Verbündete Drohne näher sich. Hä? Boah, das war knapp. Schwebeladung erwartet Aufgaben. Meiner Steuerverfalle, so dank. Scheiße, da habe ich selber in den Luft gesprengt. Na ja, immerhin habe ich einen mitgenommen. Nein, ah, zu spät gesehen. Ich habe den noch geholt, aber... Aber? Ah, jetzt hat er mich geholt. Ich habe ihn, er hat mich... Nein. Ich glaube, ich glaube, ich bin fast Prostiz. Das war knapp. Bis dahin. vorsichtig das kann nicht sein verständen der also wenn jetzt einer von euch den gesehen hat dann schreibt mir bitte wo genau die erstatten wir haben uns ganz 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 und treten wo ist nicht glauben aber das glaube ich auch finger weg wo ist der wusste schnell 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 nice digger was ach so okay wo sollen recht sein den habe ich jetzt auch nicht gesehen was habe ich denn ich habe 1 12 zu 10 wo stehst du wo stehst du denn 8 11 ok was los mit dir ich suche auf der ganzen map dagegen und wenn ich habe ich hier finde wohl nämlich das war vorhin bei mir so weil das kann doch nicht sein ja alles klar mein eigener team hätte das während man sich auf person a konzentriert kommt person b von hinten und trifft dich komm jetzt hoch schon raus ihr macht doch macht doch macht doch wo ist der doch scheiße und sein weniger es gibt wieder ein spawn für ich glaube nicht oder den gab schon längst du hast den verpasst er hat eine kugel sich der weste an wer hat ja auch kommt denn die schlert auf mich zu gerannt hier ist ja schon einer ich glaube das gibt es nicht wirklich nur noch im spawnflip wenn die weiterhin so drauf gehen oh den gab es schon um ist einer um ist einer ja sogar zwei aber ich kann nicht auf beide gleichzeitig zielen mein freund nein verflucht erst mal vorräte schwebeladung unterwegs du serboros nein komm deine mit schrotz ne noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht nein verflucht ich wollte doch gerade schwerkraft stacheln was hier gut ist es gelandet ja ey 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 Gewonnen! Was? Wieso bin ich jetzt auf einmal dritter? Ich war doch vorhin erster. Egal. Naja, ähm, wie sieht's denn aus? 22.15, eine Quote von 1.47, das geht eigentlich klar. Was ist mit dir los? Warst du irgendwie nicht ganz bei der Sache? Nein. Naja. Ähm, aber das ist das Beispiel, was ich meinte. Jeder hat mal eine schlechte Runde, auch ich hab mal eine, ab und gelegentlich eine schlechte Runde, ab und zu, fast immer. Nein, ich mach's. Ähm, nein, wirklich. Jeder hat mal eine schlechte Runde, kein Spieler ist perfekt und haut immer eine positive Quote raus. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ähm, lasst mal einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare. Ähm, egal was, Fragen, irgendwas, eure persönliche Meinung, ganz egal was. Lasst mir gerne auch ein Abo da und sag ich mal, vielen Dank an dich, lieber Checkneck. Und dann, bis dahin, wir sehen uns, ich wünsch euch Spaß. Ja, ich bin dran, wenn es euch gefallen hat. Ja. Ja. Ich bin dran, bis dahin, ich bin dran. Ja. Vielen Dank.